Hallo, wir sind jetzt die zweite Hacke und wir sind jetzt hier heute in Schönava Ako. Letztes Jahr haben wir das durch Corona angehört und darum freue ich mich jetzt doppelt so drauf. Ja, also schön finde ich vor allem jetzt die Landschaft rundherum und dass wir so eigentlich die Mütter in den Tieren sind, das wirkt ein bisschen wie auf einem Burenhof, also halt, dass man Kühe rundherum hat und dass man jetzt vorher zu Hause hat, das ist einfach wirklich toll. Also der erste Eindruck von diesem Haus ist, ich glaube, da können alle zustimmen, das ist super und auch vom Wetter her haben wir super Glück, es ist Sonne und es ist fein warm. Da kannst du auch voll viel so wandern, da hast du halt extrem viele Berge rundherum. Ich glaube, da wird dir nie langweilig, wenn du gegen einen Wandern gehst. Also wir freuen uns jetzt heute einfach aufs Lagerfeuer mit der ganzen Klasse und es wird sicher cool, die Zeit mit der Klasse zu verbringen. Wir machen ein Lagerfeuer und ein paar haben Potatoes, was haben sie gesagt? Veggies. Veggies. Vorbereitet oder sind jetzt eigentlich gerade am Vorbereiten. Die Küche ist schön, ich höre ich schön. Und groß vor allem. Ja, mit der Kochinsel ist schön und Luxus. Die Hörspätzchen hier drunter sind sicher voll super. Ja. Wir freuen uns. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich bin einfach überzeugt, optimal passt. Haha. Haha. Hrrp. Hahaha. bombs catastrof. Untertitelung des ZDF, 2020